Langeweile hat einen Namen. DAX könnte man sagen, naja gut, das ist ganz schön frech, was ich da sage, aber tatsächlich aktuell nicht so richtig der Burner. Wir schaffen es nicht so richtig mehr nach oben. Wir schaffen es nicht so richtig nach unten. Es ist ein auf der Stelle treten. Ja, wir warten auf schöneres Wetter. Ein Grund natürlich lag an der Wartezeit daran, dass man natürlich gesagt hat, Moment mal, wir wollen doch hier gucken, was die Zahlen aus Amerika hier bringen, was die CPI, also den Verbraucherpreisindex angeht. Das hat sich sogar etwas entspannt. Wenn wir zumindest die Kernrate mal angucken hier, dann sehen wir, das Ganze ist ein wenig runtergegangen. Vier, 4,2 waren erwartet. Cool, keine Inflationsangst. Sehr gut, das ist hervorragend. Aber Mist, dann fangen die ja mit dem Tapering wieder nicht an. Ja, sieht gar nicht so schlecht aus eigentlich, würde man sagen. Zumindest mal, wenn man hier mal so oberflächlich guckt. Inflation ist ja ein wichtiger Punkt gewesen, dass Tapering anfängt. Der Druck scheint ein bisschen nachgelassen zu haben. Zumindest mal bei der Kernrate. Ansonsten ungefähr wie es erwartet war, allerdings trotzdem leicht rückläufig. Also insofern doch gar nicht so schlecht. Sollen wir dann uns nicht aufregen? Es bedeutet nämlich, dass der Preisdruck erstmal weg ist, zumindest im Bestehenden. Aber wenn wir ganz ehrlich sind, eigentlich sind die Verbraucherpreise doch die, die im Moment so stark gestiegen sind und nicht die, Entschuldigung, nicht die Verbraucher, die Produzentenpreise. Und die werden doch früher oder später weitergegeben. Na gut, also bis jetzt ist es eine gute Nachricht. Der Markt müsste doch eigentlich jetzt vor Begeisterung jauchzen, denn das ist ein bisschen Druck weggenommen, was die Tapering Überlegungen angeht. Also sprich, dass die Notenbank jetzt keine frei oder so viel Geld mehr in den Markt reinpumpt. So, also für den DAX ist das natürlich nicht ganz so relevant. Aber was soll man hier über diesen Markt sagen? Ich muss gestehen, mir fehlen da die Worte. Soll man da jetzt irgendeine Empfehlung aussprechen? Also wenn ich das sehe, die Aufwärtsbewegung, würde ich eher sagen, short, wenn wir hier durchbrechen auf der Abwärtsseite. Aber Begeisterung sieht sowohl im Chart als auch in meinem Gesicht anders aus. Also das reizt mich jetzt wenig, da wirklich aktiv zu werden, hier in diesem Markt. Gucken wir dann doch lieber die eher relevanteren Märkte an, nämlich Amerika. Und jetzt schauen wir mal, 14.30 Uhr war nicht auf dem tiefsten Punkt, wie man vermuten könnte, sondern auf dem höchsten Punkt. Also das heißt, wir haben nicht mehr so hohe Preissteigerungen. Also weg, Druck weg, was das Tapering angeht, zumindest mal ein bisschen. Aber der Markt sagt sich, hätte noch mehr sein müssen. Also wir sehen schon, dass nicht immer die Nachrichten so eins zu eins übernommen werden können. Um zu sehen, was die Marktteilnehmer davon halten, ist es gar nicht so schlecht, sich das Verhalten der Marktteilnehmer anzugucken. Und die sagen im Moment, überzeugt uns nicht, was wir da gesehen haben. Der Kurs ist deutlich nach unten gekommen. Es ist kein Drama. Ich meine, 300 Punkte ist schon mal eine Hausnummer. Aber trotz alledem in der Gesamtbewegung ist es natürlich nicht wirklich viel. Es ist aber die letzte scharfe Bewegung. Das heißt, die Schubbewegung ist aktuell für all diejenigen, die jetzt Intraday am Nachmittag unterwegs sein sollen. Nach unten ausgerichtet der Dow Jones, also auf der Suche nach möglichen Shorts. Wichtig, denn wenn ihr jetzt guckt, dass der Kurs durchaus auch hier mal scharf hochgegangen ist und dann wieder scharf runter, achtet darauf, ob es wackelig geht. Und das alleine reicht nicht, weil hier am Anfang hätte man vielleicht noch gesagt, na, 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 ist das nicht auch irgendwie wackelig? Ja, aber er hat halt nichts nach oben getriggert, sondern ist nach unten weggebrochen. Jetzt gilt umgekehrt. Das bärische Bild bleibt bestehen, solange die scharfe Bewegung nach unten ist. Wenn jetzt der Markt das macht, das kann ich nicht ausschließen, wenn er das macht, wird. Und das ist ja schon ein paar Mal. Scharfe Bewegung, scharfe Bewegung. Wenn er das macht, hier hinten in diesem Bereich, dann ist die letzte Bewegung bullisch. Und dann warten wir im Prinzip auf einen Rücksetzer, um dann noch mal einzusteigen. Also sprich, da ist wackelig, um dann noch mal einzusteigen für die Long-Seite. Setzt aber voraus, dass wir hier irgendwann eine scharfe Bewegung, das sehe ich im Moment nicht. Klar, wir haben jetzt hier eine gewisse Chance, dass der Kurs hier dreht, also für all die Liebhaber von Unterstützungsmarken hier mal ein bisschen genauer hingucken, ob der Kurs dreht. Achtet dann darauf, ob ihr eine scharfe Bewegung bekommt. Irgendwas, was ähnlich steil aus ist, steiler als ich es jetzt hier gezeichnet habe, gerne. Also in diese Richtung und dann eben diese Gegenbewegung. Dann habt ihr zumindest die Idee, dass es vorläufig erst noch mal nach oben geht. Was jetzt total toll für die Shorties wäre, wäre, wenn der Kurs jetzt nach oben wackelig verläuft. Also eben hin und her gerissen sozusagen mit vielen Kursüberschneidungen. Das heißt in der Aufwärtsbewegung, Gegenbewegung, die dauernd sich Kursüberschneiden. Das wäre ein Zeichen, dass das letzte scharfe Bild nach unten ist, dass das letzte nicht so scharfe Bild nach oben ist. Und das bedeutet, dass wir eine sehr realistische Chance haben. Vereinfacht gesprochen, wenn wir den Trennkanal verlassen. Ich achte da nicht so sehr drauf, weil das häufig Schwierigkeiten macht, je nachdem wie sauber der Trennkanal läuft. Aber das letzte Zwischentief gebrochen, dass wir dann das, was wir hier vorne haben, da hinten noch mal bekommen. Das ist nur so ein kleiner Ansatz, aber das ist häufig eine Hilfe, dass wir sagen können, wenn es vorne steil ist, in der Mitte dann wackelig in die Gegenrichtung, dass sich das noch mal fortsetzt. Das ist nicht immer gut zu sehen und manchmal ist der Sauhund nicht in der Lage, uns was Korrektives zu schicken, sondern dann machen die Marktteilnehmer sowas. Ja, da muss ich gestehen, kann ich auch nicht genau sagen, was passiert. Ja, aber wenn wir was Wackeliges nach oben bekommen, dann hätten wir da ein sehr, sehr gutes Indiz. Denn die letzte starke Bewegung ist abwärts und deutet darauf hin, dass vorläufig die Abwärtsseite die präferierte ist. Das heißt aber nicht hier jetzt zu shorten, insbesondere nicht, wenn wir da auch noch die Unterstützungsmarke haben, sondern erst nach einer Bestätigung, dass aufwärts zu schwach ist. Und schwach ist eben A, B, C mit Trigger hier oder ist mehrfach wackelnd mit Trigger auf dem letzten Tief, falls der Kurs da durchgeht, dann eben die Fortsetzung in diesem Fall dann eben entsprechend nach unten. Im Großen gibt es nicht viel Neues zu erzählen. Wir haben immer noch die Chance, eine realistische Chance, dass der Kurs hier diese Tiefmarke nochmal erreicht. 33.000 ist jetzt kein Versprechen, aber vom Tisch ist die nicht gänzlich. Also wir sollten nicht jetzt zu übermütig sein und sagen, ja, das kann nicht passieren. Doch, doch, das ist absolut realistisch, dass das passiert, aber es ist natürlich nicht zwingend, dass das passiert. Das hängt auch ein bisschen davon ab, wie er jetzt in diesem Umfeld jetzt hier entsprechend reagiert. Der S&P 500 ebenfalls, er ist von der Höhe her genau da, wo wir ihn haben wollten. Ja, ihr seht das hier in unserem Bereich 38.20 bis 61.80, ein bisschen drüber, ein bisschen drunter, alles noch safe. Wir sind im Moment mittendrin, alles super. Was wir bräuchten, um wirklich ein bullisches Ding zu bekommen, er müsste dann jetzt auch drehen. Wenn er noch tiefer geht, wird das immer weniger wahrscheinlich, dass sein Ziel eigentlich da direkt da oben ist, sondern es ist immer mehr wahrscheinlich, dass er eigentlich sogar noch mal die Abwärtsbewegung noch mal fortsetzt. Also es kommt hier schon ein bisschen darauf an, wie er jetzt damit umgeht. Für die Kurzfristigen das gleiche Bild wie beim Dow, das erkläre ich jetzt nicht noch mal, nehmt es analog, schnellste Bewegung runter, wackelig hoch. Im großen Bild alles noch einigermaßen safe, wobei ich sagen muss, wenn das wirklich korrektiv sein soll, ich hätte es mir nicht ganz so steil gewünscht. Je steiler, desto fraglicher das Ganze. Ja, desto eher kann das sein, das war jetzt die letzte Bewegung hoch und jetzt kommt erstmal eine größere Pause und wir steuern hier die nächsten Tiefmarken an. Eine haben wir jetzt hier bei 4.420 in etwa, die nächste haben wir bei 4.380 in etwa und dann die nächste haben wir dann hier unten erst wieder bei 4.350 als Entscheidungsmarken. Das sind keine Garantien, dass der Kurs dorthin läuft, auch nicht, dass er da zwingend dreht, aber dadurch, dass diese Marken und diese Größenordnungen in der Vergangenheit häufig relevant waren, werden sicherlich einige sich an diesen Marken orientieren und je mehr sich daran orientieren und je gewichtiger und guckt es euch an, diese Marken beziehen sich auf diese Zwischentiefs hier. Das ist schon mal eine gewisse Häufigkeit. Je mehr Leute sich darauf fixieren, auf diese Niveaus, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Kurs da auch eine Entscheidung trifft, entweder zu drehen, dann müsste das im Chart so aussehen, um uns bullisch zu stimmen. Ja, also sowas Seite, die vorzuziehen ist. Also spannende Situation im Moment, da ist noch nicht die Kuh vom Eis, was das angeht, auch beim Nasdaq. Aktuell muss man ganz klar sagen, wir sind zwar noch in dem oberen Bereich dieser Abwärtszone hier und dementsprechend ist noch alles safe. Der Bullenmarkt ist nicht kaputt. Ja, ihr seht das hier in diesem Umfeld, hier sind wir noch, wir sind da an der Oberseite angekommen, das passt. Der darf auch jetzt, wenn er wackelig hochkommt, auch nochmal hier runter. Immer noch wären wir voll in dieser Zone, in dieser Höhe hier. Insofern ebenfalls noch alles safe. Nur wenn das alles noch tiefer geht und dann eben nach unten zu verlängern ist, dann wird das irgendwann hässlich. Wie gesagt, das ist im Moment noch nicht der Fall. Zwar auch hier gilt abwärts im Moment als bevorzugtes Bild. Hier seht ihr das nochmal so ein bisschen, die Schubseite nach unten ganz klar wackelig hier nach oben und dementsprechend auch hier vorläufig die Fortsetzung nach unten hier. Das scheint also das beliebtere Bild zu sein. Früher oder später wird es vielleicht auch nochmal einen größeren Rücksetzer. Das muss nicht jetzt hier sein, das kann auch ein bisschen tiefer noch, aber einen größeren Rücksetzer geben. Ist der wackelig, ist es nochmal die Fortsetzung nach oben. Das Bild ist hier genau das gleiche, auch wenn das ein bisschen anders hier von der Ausprägung aussieht. Die Betonung liegt, wo ist die starke und wo ist die schwache Seite? Die haben wir es im Kleinen. Wir können es auch nochmal hier angucken. Auf Minute, dann sieht man das nochmal deutlich. So sieht eine relativ starke Bewegungsrichtung aus, so sieht eine schwache Bewegungsrichtung aus. Also das ist ein Klassiker und dann, wenn die Unterseiten gebrochen werden, spricht eben einiges dafür, dass das nicht die Longseite ist. Na gut, das klingt logisch. Ja, genau so ist es eben auch. Wir wollen es in diesem Fall mal bei den Indizes belassen. Wir werden uns gleich natürlich die anderen Märkte nochmal angucken. Wer bei Born for Trading schon mit dabei ist, der weiß das natürlich sowieso. Für alle anderen euch viel Spaß. Natürlich an den heutigen Märkten. Toi, toi, toi. Ich drücke euch die Daumen. Wir sehen uns im Bälde wieder und bis dahin wünsche ich euch alles Gute.